ja ich grüße euch hier auf techtracks.de zu einem neuen video und ich grüße euch zu einem neuen tech wissen video hier auf meinem kanal und heute sprechen wir über das thema videoskalierung bildskalierung oder auch besser bekannt als upscaling dieses video thema habe ich von euch bekommen und zwar durch die kommentare vor allem unter meinen bildrauschen video und unter meinen bild einstellungsvideos dort stellt euch öfter die frage also ganz ehrlich wenn ich mir so das klassische hd fernsehen anschaue oder die klassischen full hd blu-rays die sahen auf meinem zwölf jahre alten full hd fernseher wesentlich schärfer und knackiger aus als jetzt auf meinen neuen 4k olite form dass das einen technischen hintergrund hat und dass ihr euch das nicht unbedingt einbildet das möchte ich euch jetzt hier in diesem video erklären wenn euch das gefällt dann gebt dem video auf jeden fall ein daumen nach oben lehnt euch zurück und ich lege los okay bevor wir jetzt über das thema upscaling oder video skalierung und so weiter sprechen möchte ich mit euch über die auflösung allgemein sprechen die jetzt so im alltag uns über den weg laufen da gibt es ein paar ich möchte da jetzt erstmal anfangen mit der ultra hd auflösung oder auch bekannt als 4k wobei 4k selber keine auflösung des home bereichs ist sondern 4k ist ein kino format welches aber ich sag mal so nur im marketing bereich verwendet wird also dieser begriff 4k wenn man von 4k im home bereich spricht spricht man von der ultra hd auflösung und diese uhd bzw ultra hd auflösung hat eine pixel anzahl von 3840 x 2160 pixel das sind ungefähr acht millionen pixel in der gesamtfläche okay das ist jetzt so die standardisierte maximal auflösung von 4k ultra d tvs es gibt noch 8k und so weiter aber darum kümmern wir uns nicht das hat sich noch nicht sonderlich etabliert bleiben wir bei 4k okay dann gibt es durch unsere vergangenheit natürlich auch logischerweise vorgänger technologien vorgänger auflösungen die damals mal standard waren und dann beginnen wir mit der klassischen auflösung der sd tv oder sd auflösung die wir noch von unseren röhrenfernsehen und so weiter kennen und das sind so ungefähr 720 x 406 pixel oder auch 640 x 480 pixel das ist die kleinste auflösung die so in auch im deutschen fernsehen tatsächlich noch gesendet wird meistens bei den privatsendern wenn man jetzt nicht dieses hd plus abo hat und so weiter und das ist die kleinste auflösung wenn wir uns jetzt mal 720 pixel in der breite uns anschauen und dann 3840 pixel in der breite dann haben wir hier schon massiven unterschied was die pixelanzahl angeht okay dann gibt es die nächste auflösung und die kennen wir wahrscheinlich auch alle und vor allem die leute die damals auch mit dem flachbildschirm fernsehen so ein bisschen eingestiegen sind ist die auflösung hd ready oder hd und das ist 1280 x 720 pixel oder auch besser bekannt als 720p das ist so dieses klassische abdelser auflösung sagt man so im home bereich ja das ist jetzt hd auflösung aber auch nicht unbedingt weit entfernt von der klassischen sd auflösung dann gibt es die nächste auflösung und die ist allgemein bekannt und die wird noch ganz ganz viel verwendet und das ist full hd full hd sind 1029 x 1080 pixel oder auch besser bekannt als 1080p das ist ungefähr ein viertel der auflösung von ultra hd da wir hier ja entsprechend nur ungefähr zwei millionen pixel auf der fläche haben im verhältnis zu den acht millionen pixel bei ultra hd zwischen full hd und ultra hd gibt es noch so eine zwischen auflösung die nennt sich die wq hd das sind 2560 x 1440 pixel aber diese auflösung ist eher etwas aus dem pc bereich und gaming bereich die hat jetzt im film bereich jetzt ganz wenig zu suchen da gibt es eigentlich fast gar keinen eigentlich gesagt gar kein material was in auflösung vorliegt aber das sollten wir noch erwähnt haben die ist bekannt als 2k so jetzt haben wir so die auflösung ein bisschen durchgegangen was es so allgemein gibt und vor allem die sd auflösung und die hd auflösung nicht die full hd auflösung die beiden auflösungen sind im deutschen fernsehen klassischerweise noch unterwegs hd verwenden so die öffentlich rechtlichen sender und die sd auflösung tatsächlich die privaten sender ohne hd plus update oder hd plus abo und die full hd auflösung wird tatsächlich von privaten sendern im hd plus abo verwendet jetzt muss aber folgendes passieren es muss ja diese kleine auflösung sagen bleiben wir mal bei sd tv wir nehmen das extreme beispiel wenn die sd auflösung von einem mageren pixel anzahl von 720 pixel in der breite auf einem ultra hd tv angezeigt werden soll mit 3840 pixel in der breite müssen diese pixel ja irgendwie auf den bildschirm kommen und darüber sprechen wir jetzt ok einige von euch werden sicherlich wissen worauf es jetzt hinausläuft ich möchte euch jetzt anhand meiner videoaufnahmen die ich jetzt hier in diesem video quasi verwende zeigen was der unterschied zwischen diesen einzelnen auflösung ist und was beim skalieren ungefähr gemacht wird dabei möchte ich nicht zu sehr technisch werden sondern ich möchte es euch einfach aufdröseln ok also meine videos die ich jetzt hier auf meinem youtube kanal immer hochlade sind in 3840 x 2160 pixeln wir erinnern uns das ist ultra hd auflösung mit 8 millionen einzel bildpunkten ja so wenn ich jetzt das ganze mal runterbreche auf die klassische sd tv auflösung von den privaten sendern ohne hd plus dann sieht das ganze so aus ja jetzt fragt euch sicher aber moment mal bei rtl und co sieht das aber nicht so klein aus das ist richtig das ist jetzt nur sd tv ohne abscaling ohne skalierung auf ultra hd er stellt fest ok das ist wirklich ein kleiner bruchteil an pixel anzahl was ultra die eigentlich bietet so aber der fernseher hat natürlich durch seine 8 millionen pixel viel mehr bildfläche so dass der fernseher jetzt nicht so ein kleines bild präsentiert wo ihr dann quasi fast schon eine lupe benötigt um das zu sehen muss das bild natürlich auf skaliert werden und das mache ich jetzt jetzt seht ihr nämlich in normaler sd tv auflösung aber auf ultra hd auf skaliert und ihr werdet feststellen diese bildqualität kommt mir schwer bekannt vor hier ist es natürlich jetzt ohne starke video kompression das heißt das normale fernsehen sieht noch ein bisschen schlechter aus weil die ja stark komprimieren das erspare ich euch jetzt an dieser stelle mal aber ihr seht wie es aussieht wenn normales sd tv diese kleine niedliche auflösung sagen was man so auf ultra hd auf skaliert wird dass hier nicht mehr viel von der brillanz des bildes über bleibt und dass das bild vor allem sehr sehr stark verwaschen ist wenn ich jetzt mein video hier in 720p darsteller so einem hd ready werden wir so ein marginales upgrade sehen es ist aber auch nur ein kleines upgrade da nicht viele pixel dazukommen und wir trotzdem weiter das ganze auf 8 millionen pixel auf skalieren müssen wenn man das ganze jetzt dann in full hd darstellen also im viertel der ultra die auflösung stellen wir schon fest aber das bild wird schon ein bisschen schärfer wir haben ja deutlich mehr pixel aber irgendwie sieht das immer noch nicht brillant aus ja logisch es fehlen ja auch tatsächlich 6 millionen pixel in der gesamtanzahl ja um das jetzt noch mal genauer zu verdeutlichen zeige ich euch das jetzt ganze noch mal übereinander gestapelt einmal die sd tv auflösung einmal die hd auflösung einmal die full hd auflösung und dann die ultra die auflösung jetzt seht ihr im größten verhältnis wie viel unterschied dazwischen liegt und jetzt müsst ihr euch einfach mal vorstellen wenn ihr so eine sd tv auflösung oder hd auflösung auf ultra die aufstelle skaliert dass da natürlich nicht mehr viel übrig bleibt könnt ihr auch mal selber testen nimmt man ein schönes urlaubsfoto was ihr habt zoomt da mal ein bisschen rein dann werde ich da feststellen so schnieke sieht das dann auch nicht mehr aus so und das jetzt hier noch ein bisschen ich sag mal zu verdeutlichen wo der unterschied liegt zwischen eurem alten tv warum es dort schärfer war und mit eurem neuen oled 4k tv das erkläre ich euch nun und zwar folgende geschichte wir haben jetzt bei dem full hd tv natürlich eine niedrige maximal pixel anzeigen full hd fernseher wir erinnern uns hat ungefähr zwei millionen pixel das heißt der fernseher muss viel weniger auf so viel weniger skalieren als ein ultra hd tv um das gesamte bild auf dem display anzeigen zu können dadurch wirkt es für das menschliche auge wesentlich schärfer als auf einem ultra hd tv das ist einfach ein ganz normales optischer effekt ja an dieser stelle können jetzt abscaler zum beispiel einem abhilfe schaffen aber die meisten abscaler machen tatsächlich nur irgendwie so ein bisschen zeilen dazu rechnen oder ein paar pixel dazu rechnen obwohl das ist schon ziemlich hochwertig aber viel kommt dann am ende nicht mehr warum man kann das ganze natürlich dann auch noch mit einer ki oder ein abscaling machen ich zeige euch das jetzt mal ich habe jetzt mal noch mal meine sd tv auflösung genommen und zeige euch das ganze jetzt mal in 4k mit einer ki hochgerechnet das bild sieht auf jeden fall schon mal wesentlich schärfer aus aber ihr stellt fest aber so brillant wie das ur-ultra hd bild sieht es am ende dann doch nicht aus vollkommen normal denn die ki kann auch nicht super viel zaubern aber wir sind da schon viel weiter auf jeden fall ist es so dass auch so ki abscaler oder air abscaler an einem normalen oder tv nicht wundervoll bringen können vor allem ein abscaler bei ag oder tvs können auf urheber rechtlich geschützte inhalte gar nicht zugreifen und greifen dort auch nicht und das ist auch auf dem öffentlich rechtlichen fernsehen oder auch den privaten fernsehen zugeschnitten das heißt dort können auch die air abscaler nicht arbeiten das bedeutet ihr habt davon kein effekt und es ist letztendlich nur ein aufzoomen der auflösung und das ist der grund warum sd tv und hd tv auf eurem ultra hd tv einfach nur gruselig aussieht ja und damit sind wir am ende dieses videos angekommen ich habe euch heute in diesem video gezeigt wo der unterschied zwischen den einzelnen auflösungen liegt aber ich habe euch auch gezeigt warum es auf eurem 4k oltv jetzt nicht so knack scharf aussieht wie auf eurem alten tv wenn euch das gefallen hat dann gibt dem video auf jeden fall einen daumen nach oben und wenn ihr mehr solcher wissen videos sehen wollt dann solltet ihr das kostenlose abonnieren meines kanals nicht vergessen sowie das aktivieren der glocke ansonsten würde ich sagen ich wünsche euch eine schöne zeit und wir hören und sehen uns im nächsten video wieder macht es gut